und hier ist davam zurück in cyberpunk 2077 und ich spiele in den lc phantom liberty hammer teil und ich bin jetzt in der mission i've seen that face before dazu muss ich erstmal read anrufen gucken wir einfach mal nochmals das ganze im journal an und ich tippe mal dass ich das von hier aus sogar auch geile sieht ja hammer aus ich will gar nicht angeschaut da muss ich mal ein screenshot von machen ok wo war ich stehen geblieben genau ich wollte read anrufen hey die op ist durch wir müssen jetzt die netrunner abfangen und ersetzen gibt nur ein problem unser zugang zu karon exotics wurde geklappt die haben uns wohl entdeckt was echt also haben wir sie verloren nicht ganz sie waren zuletzt im stadtzentrum und fahren jetzt hierher sucht er einen aussichtspunkt beim eingang nach dort dann kannst du die römer tracken wenn sie zum treffen fahren kommt man sogar gut dran glaube ich achten an alle bewohner kürz hans hier ok melde dich bei mir sobald du sichtkontakt hast ich gerne die fahrzeuge in der nähe und eins davon muss es sein nichts bisher da ist ein konvoi hansons leute aber ich bezweifle dass die runner eine eskorte bekommen ich halt weiter ausschau wahrscheinlich extra unterstützung fürs stadion ziele noch nicht gesichtet immer noch nichts ich weiß nicht ob das geplant war hier blockiert ein verschrotteter kort ist die straße gibt einen stau stinknormales auto das sind sie garantiert nicht dann warten wir weiter zwei motorradfahrer die werden nicht spontan von vier auf zwei räder umgestiegen sein da sind sie keine frage ich kann beide römer sehen hast du das signal ja die werden uns nicht mehr entkommen gute arbeit ist noch zu früh für das treffen die halten irgendwo an um zeit tot zu schlagen und sind aus dem auto raus sie gehen zu einem klub du kannst jetzt zum auto die luft ist ein die müssten unter mir sein jeden plaza da wären die ja scheiße geiler wagen die kontrolle über die autokameras die kontrolle über die autokameras und letzte chance guck nach ob alles vorbereitet ist sollte passen aber warte kurz warum was machst du das eis ist echt mittelprächtig ich muss es kurz auf ok aber keine unnötigen risiken ja ok das geht schnell 155 ed oh und jetzt kriegen sie mich wo ist jetzt ein e9 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 so e9 ich schaff's nicht e9 1c 1c und fertig nicht schlecht jetzt warten wir unsere vip sind wieder da steigen gleich ein mach dich bereit gut hansen tu l'as vu non il était grave en train de me reluquer saphir ja verset 2 1 1 1 2 1 1 1 2 et 1 1 du 1 1 2 1 Okay, Hacke jetzt das Auto. La voiture. Quelqu'un en a pris le control. Elisabeth, sonne l'alarme. On a besoin d'aide. Je vais localiser le vecteur. Okay, 10 secondes. C'est fait. Putain, Anne. Je essaye de reprendre le control. Let's hang out. Regarde. Was ist los? Steuern der Kiewitz. Und die zwei sind gut. Je n'arrive pas à la coupe. Putain! On est couplés! Eh merde! Quoi? Putain, qu'est-ce qui se passe? Non, non, non! Hm? Was zum Fick? Scheiße, ihr habt sie erledigt. Was hast du denn erwartet? Dass wir sie fesseln? Ihnen Socken in den Mund stecken? Und warten, bis sie sich befreien? Und um Hilfe rufen? Das ist kein Spiel, Wii. Es ist ganz einfach. Die oder wir. Ich bin für ein Wir. Alex, du wusstest davon. Von dieser... Hinrichtung. Natürlich wusste ich das. Ganz nach Handbuch. Ist nicht meine erste Mission, Wii. Solche Entscheidungen gehören zum Job. Natürlich ist es ein Spiel. Euer verficktes Spionagespiel. Die waren unschuldig. So würde ich zwei Berufskriminelle nicht beschreiben. Diese Unschuldigen, wie du sie nennst, hätten dir alles abgenommen, ohne zu zögern. Oder dich gleich erschossen. Unsere Verkleidungen sind einsatzbereit. Aber wir brauchen auch die Zugangscodes von den beiden. Aurora sollte sie haben. Oh, das ist so abgefuckt. Tust du gerade echt so, als hättest du noch nie eine Leiche ausgeraubt? Bist du sicher, dass sie die Codes hat? Ja, ihr Bruder hebt seine Erinnerungen auf externen Datenbanken auf. Und da wurden ihm schon mal welche gestohlen. Das wäre zu unsicher für die Codes. Was dauert da so lange? Was dauert da so lange? Was dauert da so lange? Ich muss den Punkt finden. Okay. Kurz übertragen. Na dann. Ich fahre. 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 Okay, ich fahre. Ich fahre. Er stellt eine neue Referenz. Du musst nur die richtigen Worte sagen. Okay, los geht's. Aurore Castle. Und wer bist du, hm? Nicht schlecht. Das kann sich anfangs etwas verstörend anfühlen. Aber man gewöhnt sich dran. Nimm dir kurz einen Moment Zeit. Dann fahren wir los. Anseln wartet. Alex, mir wird was klar. Das ist unsere letzte Mission zusammen. Ich hab unsere Abmachung nicht vergessen. Myers hat zugestimmt. Eine diplomatische Mission. Unbefristet. Danke dir, Reed. Bereit, die alle durchzuficken? Gut, du klingst genau wie sie. Nervös vor der Mission? Ein bisschen. Aber? Ich höre dein Aber. Es ist nur... Ich hab das alles sehr vermisst. Okay, dann mal los. Zum Stadion. Wir sehen uns dort. So, und jetzt wird's spannend, weil ab jetzt trennen sich hier die Story-Wege. Gleich für euch zur Info. Egal, was wir jetzt machen. Und ihr seid hier an dieser Stelle, bitte hier speichern. Das mache ich jetzt auch. Ich zeige euch das nochmal, weil wir müssen dann vier Slots anlegen. So heißen, viermal speichern. What? Damit wir dann das jeweilige Ende nochmal nachspielen können, weil das natürlich später auch noch Konsequenzen hat. So, was so heißen. Ich speichere das Spiel erstmal. Schön ist jetzt, dass das Ganze jetzt auch noch angezeigt wird, mit welcher Version ihr das dann gespeichert habt. Bei mir sogar aktuell die Version 2.0.1 zuletzt. Und ganz wichtig für euch auch. Es wird nur noch ein Spielstand in der Cloud gesichert. Das solltet ihr auf dem Schirm haben. So, und dann geht's gleich weiter. Das bestätigen wir. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video, denn dann geht es hier tatsächlich in die Mission Firestarter rein. Und dann gibt es vier Enden plus Bonus Enden. Also überrascht euch. Lasst euch. Bis dann. Have fun. Euer Abraham.